Also wenn die Frage nach Core Values kommt, ist für mich immer erst mal die Frage, was bedeutet eigentlich Core Values? Und für mich sind Core Values nicht irgendwelche ethisch-moralischen Werte, sondern die Frage nach der Ausprägung, worauf legen wir Wert, wie wollen wir Arbeit gestalten? Und drei davon, die mir besonders wichtig sind, sind zum einen Macher, das zweite Mitfokus und das dritte ist Begeisterungsfähigkeit. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Also ein Macher ist für mich ein Mensch, der sagt, ich möchte etwas umsetzen. Also genauso wie mit Fähigkeiten, die ich umsetze, will ich auch, dass wenn ich mir was vorgenommen habe, ein Ziel vor Augen habe, dass ich anfange umzusetzen. Auf der anderen Seite der Skala wäre zum Beispiel ein Wissenschaftler. Ich liebe Wissenschaft, ich liebe Wissenschaftler, ich habe selbst lange Zeit Physik studiert. Die Frage ist dann halt nur, reicht es mir, viele, viele Paper zu schreiben und ein Thema zu durchdringen, zu verstehen, oder will ich, dass etwas umgesetzt wird? Und genau da ist dann eben diese Entscheidung die Frage. Und der Macher wird sich wahrscheinlich eher noch für die Umsetzung entscheiden. Er wird nicht blind loslegen, sondern sich für die Umsetzung entscheiden. Das zweite war der Fokus. Warum eigentlich Fokus? Was bedeutet das? Fokus ist für mich erstmal, dass ich mich auf wenige Aufgaben konzentriere. Ich kann natürlich viele Dinge im Laufe eines Lebens oder im Laufe eines Jahres erreichen, aber ich sollte sie nacheinander tun. Wenn ich zum Beispiel mir jetzt die Aufgabe nehme, ich möchte meinetwegen der beste Videoregisseur werden. Wir machen ja jetzt gerade hier ein Video. Wahrscheinlich bin ich noch nicht der beste Regisseur. Wäre das jetzt eine wichtige Aufgabe für mich, würde ich mich die komplette Woche, jeden Tag genau darum kümmern. Weil dann fange ich auch an zum Beispiel in der Dusche darüber nachzudenken. Vielleicht morgens beim Essen. Ich kann mich genau darauf konzentrieren. Wenn ich aber keinen Fokus habe, sagen wir mal, ich habe jetzt vier Projekte. Ich will Regisseur werden. Ich will Artikel schreiben. Jetzt will ich vielleicht noch verkaufen. Dann will ich noch irgendwas ganz anderes machen und nebenher noch studieren. Dann werde ich vielleicht, während ich studiere, irgendwelche Impulse haben über Videoproduktion. Während ich in der Videoproduktion bin, werde ich Impulse haben über was ganz anderes. Tatsächlich fallen mir jetzt nicht mal mehr meine fünf Beispiele ein, die ich eben genannt habe, weil es so eine diffuse Sache in meinem Kopf passiert. Und deswegen ist Fokus so ein wichtiger Aspekt. Einfach, dass man eine Sache beginnt, abschließt und sich dann erst der nächsten Sache widmet. Und das Letzte, ganz einfach, das sagen wahrscheinlich viele, ist Begeisterung. Für mich ist Begeisterung in der Sache immer wichtig. Denn wenn ich begeistert bin, dann macht es mir viel mehr Spaß, an dieser Sache zu arbeiten. Ich setze mich dafür ein und dann komme ich auch voran. Wenn ich nicht begeistert bin, ja okay, dann mache ich vielleicht Zeit gegen Geld. Ich mache es, weil irgendjemand mir entweder Geld gibt, Belohnung, irgendetwas. Aber bei Begeisterung habe ich intrinsische Motivation und das ist cool. Also um es abschließend einmal noch zu sagen, auch nach der Erklärung. Macher, ich mag Fokus und das Letzte, was wir auch leben, ist tägliche Begeisterung für die Sache. Macher, ich mag Fokus und das Letzte. Vielen Dank.